Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Lucky Block Race hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht zum Hintergrund heute mal die XXL-Variante. Einmal zusammen mit Russack, was geht ab? Was geht, Bro? Was geht dann mit Ente? Was geht? Hey! Hey, Bro, der ist auch dabei. Ja, Alpharstein ist auch dabei. Alpharstein ist auch dabei. Und Freunde, zu guter Letzt, ihr seht schon hinten, Amir, was geht, Bro? Alpharstein ist auch dabei. Oha, Jürgen, einfach, by the way, ich habe keinen Wasserkriegerskin mehr. Bro, das tut weh. Aber es sieht trotzdem krass aus. Freunde, diese sei mal ganz leise da hinten. Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang, tu mir rum. Lasst mir mal einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir starten rein. Let's go! Let's go, Leute! Hä? Ah, ich habe einen Brunnen, Leute, guck mal! Was? Ah, ich kann nicht mehr abbauen. Ja, danke. Ja, ihr kriegt es alle. Wir müssen alle runterspringen. Okay, stimmt. Was ist das? Nein! Jetzt habe ich meine Sachen alle verloren. Bro. Nein! Wir haben keine Kindersicherung an alles, was schwindet, Leute! Okay, Freunde, wir brauchen die krassesten Sachen. Oh! Greatest one! Doch, alles. Bro, ich habe... Ah! Yay! Wer war das? Nein, 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 nein. Wer war das? Ich habe eine unsterbliche Ente, Bro, bei mir. Ey, ihr seid so 31er, ne? Was passiert? Oh, wer hat... Das war Alpharstein. Nur bei Alpharstein ist auch der Boden weg. Bro, der hat mich in die Luft gejagt. Hallo? Ente! Flieg mal! Bro, ja, wer fliegt? Ja! Hilfe! Ente, ich glaube, er mag dich nicht. Ich glaube auch nicht. Nein, mein Schwer. So, ich brauche auch mal Items. Das machen wir langsam jetzt. Ey, Freunde, es ist wieder so eine Katastrophe, mit allen zusammen Lucky Workouts aufzunehmen. Aber ich sage euch ehrlich, wir werden den Winnie holen. Ich brauche das Zeug nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich habe zu treten! Was haben wir hier? Oder geht's, Freunde? Boah, irgendeine krasse Leggings. Wir haben eine Blöcke! Hörst du nicht! Hörst du, lass es gehen! Gibt mir die Blöcke! Gibt mir die Blöcke! Hörst du, warum kriegst du Schaden? Wieso kriegst du nicht? Wieso kriegst du nicht die ganze Zeit? Was ist hier los? Verzauberte Goldäpfel? Willst du jemanden OP-Rüstung an? Ich habe eine Schelte im Kurzer Halle! Alles ist alles! Was kriegst du schon ein Schelte? Bro, was kriegen wir denn hier? Oh, Dynamite. Digga, warum ist diese OP-Sache? Ah! Ah! Äh... Es ist viel zu leise gewesen. Yo! Was ist denn hier passiert? Yo! Hey, Freunde, wir können ja rüberkommen! Hey, Lucas! Was geht denn? Nein! Verschwende von meiner Seite! Ja! Ah! Ah! Was ist da los? Was ist das? Siehst du das immer an? Aaaaaaah! Oh mein Gott! Ich mach einen Hutflick! Wer macht das? So! Lucas! Hört Scheid rüsten an! Aua! Nein! Nein! Rüsten weg! Was ist das denn? Alles gut, alles gut, Jungs! Alles gut, Jungs! Ich kann nichts dafür, dass ich die krassen Sachen finde und ihr nicht! Bro! Oh! Schummelgeäufe! Nimm deinen Zombie auf deine Leg! Ach man! Oh! Strolling! Okay, Freunde, was bekommen wir alles? Warte? Das Ding ist diese ganzen Lucky Blocks! Es gibt schenke Lucky Blocks! Es gibt die krassen Lucky Blocks! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht denn da hinten ab? Oh mein Gott! Okay, okay! Wir müssen die krassen Sachen haben, Freunde! Oh mein Gott! Oh! Was war das denn eigentlich? Was hast du gemacht, Bro? Ich hab's hochgejagt! Was soll ich machen? Okay, okay! Bro, du hast alles in die Luft gejagt! Dieses anderes! Oh mein Gott! Guck mal! Ist doch okay, oder? Ja, ist okay, aber... Fand ich schon ein bisschen böse! Boah! Ich kann zombies auf! Wir müssen alle so leise, irgendwie! Keine Ahnung, alle hier was leise! Ich hab ein bisschen Angst gerade! Ich auch! Habe ich einen Platz! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Enter! 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 Auf auf mich zu schießen! Da rein! Explodier meine Feier! End ist tot! Ich verliere die ganze Zeit alles wegen dir! Okay, Freunde, mal ganz kurz checken! Wir haben ne Bazooka! Bro! Wir haben ne Bazooka! Keine Ahnung, was hier los ist, ne? Aber... Wo bist du denn Rache? Aua! Oh mein Gott! Ich hab überlebt! Lukas, komm her, Mann! Was sollt ihr das eben? Nein! Das überlebt! Lukas! Tut mir leid! So, du kleiner Ein-Dreiziger einfach! Ihr könnt euch gerne beefen, bitte! Ich wollte es nicht! Ich hab einfach ne Zombie-Bazooka! Ich hab ne Zombie-Bazooka! Was macht die? Digga! Oh mein Gott! Aua! Aua! Ey, ich werd gerade von irgendwen vergiftet hier, Jungs! Ich auch! Die ganze Zeit! Jawoll, Jungs! Wer hat seinen komischen... Hat irgendwann einen Shader an oder so? Ja, ich hab den daraus versehen, ganz kurz! Die Russen weg! Ja, ich hab sie weggefangen! Ey, das Ding ist gemein! Ey, was ist das? Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was war das? Was soll das denn, Mann? Ich glaub, Freunde, damit es einfach ein bisschen ruhiger ist, gehen wir einmal ganz nach vorne. Warte! So, wir gehen jetzt einfach mal ganz nach vorne von allen weg. Dann können die mich auch nicht mehr hören. Junge, wir können einfach fliegen! Wie krass ist denn das? Okay! Ich würd sagen, wir machen jetzt hier noch ein paar Lucky-Blocke auf. Eine Schaufel mit Effizienz, Glück 2, Behutsamkeit. Okay! Dann neue Äpfel! Ich weiß nicht, was die Dinger bringen. Wir haben Tau-Äpfel und Clays-Äpfel. Okay, ich ess einen. Okay! Wer mag Regen? Ähm, ich mag Regen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Digga! No way! Wir bauen die ab. Okay, die bringen sich die ganze Zeit selber um, diese Idioten. Ich kann einfach fliegen. Ich kann einfach fliegen! Oh! Lucky-Block Regen! Okay, 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 okay. Ein Jetpack! Okay, brauchen wir nicht. Ich kann sowieso fliegen. Okay, Freunde, ihr seht schon, die Äpfel bringen so krasse OP-Verzauberung. Ich glaub, ganz ehrlich, so Goldblöcke und sowas brauche ich gar nicht. Smaragd brauchen wir nicht. Okay, den Helm brauchen wir auf jeden Fall. Ocean-Crystal brauchen wir nicht. Jetpack. Okay, komm, wir probieren's. Ja, aber ich kann ja normal fliegen. Okay, brauchen wir auch nicht. Wir müssen generell mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Brauchen wir nicht. Netherstar brauchen wir nicht. Wir haben so viele verschiedene Äpfel. Okay, das lassen wir mal. Ocean-Light brauchen wir auch nicht. Das ziehen wir wieder an. Und ich würd sagen, die Bazooka tun wir auch einmal hier noch rein. So. Set-Slow. Oh mein Gott! Das TNT. Ne? Brauch ich nicht, Freunde. Galaxy. Was bekommen wir da? Normale Eisenwaren. Okay, das ist langweilig. Nächster Lucky Block. Creative Illusion. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Wir werden es gleich rausfinden. Bro, wenn ich nicht fliegen könnte, hätte ich jetzt gerade alles verloren. Okay, noch ein Helm. Ziehen wir jetzt mal an. Ich glaub, der sollte nicht schlecht sein. Hä? Ich hab den angezogen und alle sind aus der Welt geflogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade an mir lag, aber... Äh, ich weiß nicht. Okay. Er wird sagen, wir fliegen mal wieder rüber zu denen. So, jetzt rollt der rein! Hä? Na, ich troll nicht! Warte, passiert was, wenn ich das mach? Lass das an mir! Ne, ich hab aber auch ein Schickswort gehabt. Warte! Warte! Wolltest du dann eingeschoben? Ich hab den... Russ ist recht! Ich hab nicht mal einmal eingeschoben. Russack, grüß dich! Wir haben gar nichts gemacht. Oh Gott. Warte, 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 warte. Ich wollte Russack abschießen. Nein, ich hab keine Ahnung. AHHHHH! 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 Ja, hau rein! Russack, hau rein! Yo! Die ganze Zeit durch die Gegel! Selber schon, was kenn ich dafür? Ich hab's doch bekommen. Leute, wir müssen bald die Kindersicherung anmachen. Ich kann nicht mehr. Ja. Only Godly. Only one use. Ich hab gar nichts zu halten. Alles alt! AHHHHH! 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 Der fliegt da rum. Keine Ahnung, wer da rumfliegt. Da warte, ich muss deine Lucky Blöcke auf, der Schubler. Hä? Ich brauch keine mehr aufmachen. Ich hab schon krassen Sachen, Bro. Digga, er cheatet jetzt einfach nur noch, um uns zu subjektieren. Kann ich auch besiegen. Ja, ja. Besieg mich. Komm, besieg mich. Wenn ich einmal besiegen, ist alles weg. Nein. Okay, wir gucken jetzt mal, wie wir uns einversteigen besiegt, Freunde. Let's go! Hey, Lukas, mein Freund! Hey! So! Ich hinterhalte mich, ich hinterhalte mich. Ich hinterhalte mich. Alles gut, Bro, Amir. Alles gut. Du fühlst dich zu krass gerade. Ich sag ja nicht. Amir, komm her, komm her, komm her. Wie? Bleib mal stehen, hier. Oh, da fallen mir zwei Äpfel runter. Dex hat schon gewonnen. Oh, Mann. Du hast gar nicht gewonnen, aber du hast gar nicht gewonnen. Du bist 20 Mal, Bro. Ey, Bro, sind jemand direkt eine Spitzsacke zufällig? Alles gut. Alles gut. Wo ist denn eine Spitzsacke? Nein. Ich bin eine Spitzsacke von euch. Das wäre wichtig. Nein. Oh mein Gott. Nein, mein Checkpoint ist hier. Es gibt so krasse Sachen. Oh, ich kann mein Checkpoint hier nicht nehmen. Was haben wir da bekommen? Ey! Ein von Shade! Und Russik hat Shade oder so. Nein, nein, nein. Irgendeine OP. Russik hat Shade. Full Shade. Wird Shade. Nein, nein, nein. Russik. Russik hat Shade. Bro, nein. Hey, eins hat Shade hier. Ich hab auch keine Spitzsacke. Ah, bitte. Oh, nein. Nein. Oh mein Gott, hat er nicht gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Grüß, Lukas. Grüß dich. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Was soll das? Bitte. Ach, alles gut. Das ist meine Sache. Alles gut. Lukas. Nein, Arnie. Lukas. Guck mal hier. Neue Rüstung. Neue Rüstung. Und eine Pickaxe. Lukas, bitte. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Ich top dir sogar Sachen, Bro. Guck mal auf Ehre. Wenn du dein Shade einfach... Ich knall. Ich hab dir gar keinen Eindruck. Ah, schön. Lukas, kannst du zu jemand anderem machen? Ja, alles gut. Ich geh weg. Junge, mein Gott. Das stört das. Ist das keiner? Nein, bitte. Es ist zu P. Bro, ich weiß nicht, was ihr hier für Items habt. Es ist ja nicht mehr normal. Okay, wir fliegen noch mal ein bisschen weiter weg. Ich sag euch ganz ehrlich, Freunde. Egal, wann mir Lucky Blockrass aufnimmt. Ich hab nie Glück. Ich hab immer doofe Sachen und sterbe die ganze Zeit nur. Heute wird sich ja alles ändern, Freunde. In der heutigen Folge. Junge, guck mal. Wir sterben doch. Fliegen ja voll wieder hoch. Junge, ist das so? Nuke? Nein. Ey, wenn ich jetzt meine Sachen verliere... Freunde, da muss ich aber ganz dringend los. Okay, wir machen alles auf. Auf. Big Bonkey. Auf. Auf. Okay, Galaxy. Komm, irgendwo muss was krasses drin sein. Oh, warte mal. Dyrus Blades. Warum hat sich bei der Eurussack so aufgeregt? Haben wir irgendwas krasses bekommen? Ich kenn mich halt gar nicht so aus. Löwenzahn. Smaragd. Okay, okay. Machen wir weiter auf hier. Was haben wir da? Ohoho. Warte mal. Okay, das könnte krank sein. Plural OP, Digger, Bro. Okay, let's go. Wie soll ich in der heutigen Folge noch verlieren? Es ist gar nicht möglich. Irgendjemand hat mich gerade abgeschossen. Es ist mir egal. Wir müssen eigentlich irgendwie... Wir müssen zusammen schließen, Leute. Und Lukas besiegen irgendwie... Äh, Lukas, gar nichts. Äh, Mann, boah. Lukas, ey! Ohoho! Was ist das? Äh, warte mal. Wie wolltest du? Hey, warte mal. Was kann ich dafür... Was kann ich dafür, wenn ich krasse Sachen finde? Warum? Weil der Baum ist auf mich? Angeben! Teilen mit uns! Wir wollen auch Spaß haben, Lukas. Es muss wahr sein! Irgendjemand eiferschenken. Spaß ins Zürgen! Oh. Okay, okay, alles gut. Ich kann dir helfen bei deinen Lucky-Blöcken, okay? Nein! Dauer einfach ab von dem! Dörst du nicht als meine! Stimmt! Dörst du nicht! Lukas, meine! Vorsicht, danke für das Weg bauen. Ich muss hier einmal kurz langen. Lukas! So! Ich muss mit dir reden! Komm bitte schnell her! Was? Ich muss mit dir reden! Dann mach ich deine auf! Äh, äh. Ja, du musst mit mir reden. Was denn? Ich muss mit dir reden! Ja! Nein! Er hat einen Gas gehabt! Er wollte ich safe-goal killen! Nein! Wie? Warte, kann man einen killen mit Dinger-Sachen? Nein! Nein, das geht nicht! Das geht nicht! Nein! Du hast versaut! Ja, er wollte dich killen! Bro, Ami, ich küsse dein Herz! Nein! Ja! Oh mein Gott! Also! Armin, warum? Darum! Ich bin zufrieden! Weg mit dir, Junge! Trinkt überhaupt nichts an mir! Wirklich! Tja, Jungs! Ich verrat meine Freunde nicht so wie ihr! Der ist wirklich der größte Ehrenmann! Wooh! Große Verräter an mir! Wirklich! Wooh! Lukas, hör auf! Nein, die kannst du wegschmeißen! Ich hab ne Alpha-Axt bekommen! Ja! Oh! Alpha kann auch fliegen! Nein! Nein! Alpha kann jetzt auch fliegen! Du nörst dich hier gerade, du bist! Du musst ja abknallen oder abschlagen irgendwie! Digga, ich will auch fliegen, Jungs! Ich geh heute mal ein bisschen! So, jetzt! Aaah! Versuch hier gar nichts! Du fliegst mal schön weg, hier! Oh! Nein, Mann! Hehe! Junge! Du hast safe nicht viele Herzen. Ah, es reicht! Ich kann dich nicht besiegen! Ich kann dich ja besiegen, hä? Warum hast du den kaputt? Lass es! Es reicht jetzt! Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt, bitte! Ich bleib dran, ich bleib dran, die ganze Zeit. Jetzt ist er auf meiner Bahn sogar noch. Du hast es sehen! Bro, er hat irgendeine krasse Rüstung an mir. Und Ente kann auffliegen! Ente kann auffliegen! Warum kann Ente jetzt auffliegen? So, Lukas, wo bist du? Warum können alle fliegen, Digga? Ey, das wusste, wenn du bei mir einfach was aufmachst. Ja, mich kannst du eh nicht hitten, Bro. Ich hab so viele Herzen. So! Jungs! Wir brauchen irgendwas Starkes, die Team zusammen! Hä? Keiner Team zusammen, Bro! Wie willst du mir helfen? Mit Magie! Mit einer Menge Fantasie! Ach, du bist alles in die Luft! Wie? Nein, bin ich schon wieder. Let's go! Nein, bitte nicht! Noch mehr erfüllen, nice! Bitte nicht, Jungs! Ja, hau mich so le... Ente, du kannst hier gar nichts! Alter, das hast du ja gerade probiert! Was? Oh, das kitzelt aber auch! Das kitzelt! Nein, Ente! Komm doch, Ente! Was ist los? Was ist los, Ente? Was ist los, Ente? Wichtig! Aha! Komm, Ente! Kannst gar nichts machen! Oh mein Gott, Digga! Komm! Okay, Freunde, ich brauch irgendwas, was one-hitted. Es ist so wichtig! Ja! Alter, Alter, Alter! Wo? Nein, ist vorbei! Ey, Lukas! Komm mal kurz her! Ich muss dir was zeigen! Ja, was denn? Wo bist du? Da, hier! Wo? Alter, wo? Ich hab... Ich hab auch Scheid, mein Freund! Ich hab auch Scheid, mein Freund! Das bin ich! Achso, oh! Sorry! Warum gehst du auf mich? Ich hab wieder ausgezogen! Ich hab wieder ausgezogen! Hahaha! Er geht einfach komplett auf mich! Ich seh' dich! Und tschüss! Nein! Wie hat er das gemacht? Das war ich! Du hast mich besiegt! Er hat uns alle besiegt! Wie alle? Ey! Wie hat er das gemacht? Sind alle gestorben? Mit Scheidenschmerz! Nein! Bro, ich hab alles verloren! Nein! Hat er nicht gemacht! Ich hab alles verloren! Ich hab alles verloren! Bro! Ich hab alles verloren! Ich hab alles verloren! Ich hab alles verloren, auch! Nein! Wollt ihr das ernst? Junge, ich hab alles verloren! Wirklich, Lukas? Ja! Ich hab alles verloren! Haha! Du machst dir Spaß! Hast du Spaß? Ich hab alles verloren! Ich hatte auch Scheidenschmerz und hab's nicht ausgewählt, weil ich dachte unfair! Ich hab alles verloren! Hahaha! Bro! Ente macht direkt so einen Move! Okay! Wirklich? Ich seh' ich nicht! Dinger! Eiferschein verzieh dich! Bist du ganz hinten, Lukas? Nein! Du bist nicht schade, Lukas! Danke! Hä? Ich hab grad was zum Flie... Hast du meine Sachen? Die liegen hier rum! Haha! Wie weit hinten bist du? Warte, komm zu dir! Kann doch nicht sein, ne? Ich glaub, der lebt noch Ente! Ich seh' den gar nicht! Komm hier! Oh, ich hab sein Schwert! Oh, toll! Bro, Armi, ich wollte dir grad diese Flying-Feder geben, dann hättest du auch eine gehabt! Alles weg! Armi, das prägt nichts! Was mit der Damage? Wo ist der Lukas? Ich kann nichts mehr machen, Bro! Wo seid ihr alle? Irgendwo! Kann doch nicht sein! Oh! Neeein! Was los? Was denn? Shade-Schwert wird kommen und ich bin aufgegangen! Jaaa! Hat dich damit gekillt! Was denn denn? Ich hab dich damit gekillt! Ja, wenn du Shade-Schwert hast, Jungs, dann killt man sich, dann stirbt man automatisch! Nein! Wurzel! Ja! Alter, wo bist du? Ach, Digga, ich krieg nur Müll, Jungs! Luka, wo bist du? Ich hab doch ein Gesang für dich! Verzieh dich, Ente! Wirklich! Jungen, wie kann man... Er benutzt Shade-Schwert! Ich weiß! Nein! Wo ist der Shade-Schwert? Digga, sei doch leise! Wo ist der Shade-Schwert? Nein! Digga, wenn ich sie nicht bekomme, bekommt sie keiner! Nuke! Nein! Wo ist der? Wieso? Ja, wenn ich sie nicht bekomme, bekommt sie keiner! Nein! Ich fall runter nach dem Nuke, Alter! Wo ist die Glasses? Warum? Ich brauch die! Das sind beide! Da kommt Ente, Freunde! Wann kommt die Kindersicherung eigentlich mal an? Ja! Ich bin trotzdem welche! Halt die! Wann geht Kindersicherung an? Äh, sollen wir die jetzt schon aktivieren? Ja, oder? Jetzt schon? Nein! Ich glaub, wir können noch einmal das eventuell nicht hätten! Nein! Alles ist verdreht! Ich seh nichts mehr! Alles ist verdreht! Ja! Nein! Oh mein Gott! Ich soll doch einfach nur ein paar Shades-Blöcke haben! Ja! Mir ist schlecht! Ja! Das ist ja schwitzig! Ich will doch gar nichts! So, Lukas, versteckst du! Ich will doch mal kurz dein eigenes wegnehmen! Wir können gleich mit Kindersicherung anbauen! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Ich will dich einfach nur sehen! Ich hab gar nichts, Bro! Ich will einfach sehen, wo du bist! Kriegst du grad Gift-Schaden, Lukas? Ja, krieg ich! Ey, Digga! Junge, Raum zieht das schon wieder! Sag, wo du bist! Wo bist du? Ja, anscheinend bei dir in der Nähe, wenn ich Schaden krieg, oder? So, nicht wahr? Ja, danke! Ich bin tot wieder! Ich stehe einfach! Hallo, Lukas! Hey, Junge, ist so schlecht! Was war? Gibt das? Was? Hört, ihr nehmt das! Äh! Nein, Gott, Mann! Okay, Freunde, ab jetzt behalten wir auch, wenn wir sterben! Alles, Junge! Bostack, warum? Warum Bostack? Jungs, ein bisschen toll! Du musst doch mal sagen! Nein, nein, ich hab grad Shade! Ich hab Shade und Fall grad runter! Ich hab grad Shade und Fall runter! Ich hab grad Shade und Fall runter! Äh, Lukas, du behältst alles! Huh! Tja, nein, das ist überhaupt nicht gut! Das freut mich überhaupt nicht! Jetzt hab ich Shade! Jetzt hab ich Shade! Ich hab Shade-Material! Äh, weiß nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Shade-Material! Ich krieg die ganze Zeit durch! Ich krieg die ganze Zeit durch! Er hat nen riesen Wizard! Guck mal in Luft! Oh oh! Woah! 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 Ja, danke! Jetzt wollt ihr mit Tafel machen, gleich die Vorarene! Oh oh! Oh oh! Was passiert hier, Digga? Okay, Freunde, wir müssen jetzt echt langsam Gas geben, weil wir werden ja am Ende wieder eine Schlacht haben! Das kann doch nicht sein. Oh Gott, komm schon! Ich hab die ganze Zeit Shade! Okay, einen Shade-Helm haben wir jetzt schonmal! Ich brauch jetzt krasse Sachen, das ist ganz wichtig! Ich bin mal verwirrend! Rache! Oha! 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 Freunde, bitte! Ich brauche einen Shade-Block! Junge, der hat... Ach, keine Ahnung, was mit dem los ist! Digga, Jungs! Ich will nichts sagen, aber ich habe irgendwie das schlechteste Invental, glaube ich! Ich habe da schlechteste Knochen! Großer von meiner Seite ist hier! Runte! Oh, der Shade-Schnecht! Ich habe die ganze Zeit Hunger, Jungs! Rüber bitte, Alfa! Was ist das? Und sowieso! Flashbow! Nein, Mann, ich fliege hier zu langsam! Wir werden jetzt am Ende fighten! Nuka, es wird sich gerade rüberbauen, weil ich hilft hier! Junge, Alfa, bitte! Ja, come on, Alter! Alles gut? Ich wollte doch gerade durch den Checkpoint gehen! Boah, ich hasse Alfa-Stein so sehr! Ich auch, ich auch! Ich hasse alles! Ich war das gar nicht! Bro, er fängt mich beim Checkpoint ab, um mich zu töten! Junge! Ich war das nicht! Er ist richtig sauer auf dich, kann das sein? Ja! Ey, Alfa-Stein ist wirklich... Das letzte! Das letzte, Alfa! Das ist ein einziger Shape-Block! Oh, oh! Ein einziger Shape-Block! Oh, oh! Oh, oh! Lederrüstung! Wir brauchen die! Wow! Statt, Bro! Ivan! Ivan! Hörnte, was ist zum Recht? Jetzt ziehen wir jetzt mal an! Hörnte, komm doch her! Dann haben wir schon mal ein bisschen Regeneration! Ah, was? Hörnte, was wird dabei? Hörnte, was wird dabei? Hörnte! Darf der so? Hörnte, du warst ganz einfach mal im Gehegel und jetzt so! Oha! Endlich! Endlich! Nein! Fortnite! Endersword! Fortnite! Das ist auch ein gutes Spiel! Okay, perfekt! Mach mal Spaß! Lass es jetzt! Hörnte, was geht ab? Ich will zu meinem Checkpoint! Oh, das kann nicht sein! Ich wollte dich nur besuchen kurz einmal kommen! Lass dir nicht zum Checkpoint wichtig! Ah, mir! Was geht ab? Bitte, 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 bitte! Lass mich doch bitte einmal irgendwas machen hier! Ich sterb die ganze Zeit nur! Ich wollte nur ein bisschen... Nein, ich hab nichts mit dir zu tun! Oh, oh! Was war das? Das Schwert ist das, was Russack auch hat! Hä? Ich höre ein paar Ratten... Oh, das ist jetzt hier! Oh, ich check meine Leute! Ihr seid in der Team, der hat 500! Ah! Ich bin ein kleiner 30er! Du musst doch sehen! Bro! Dinger, wie viele sind das?! Jungs, ist nicht eigentlich langsam Zeit für einen Fight oder so? Ja, irgendwo ist das Ende! Ja! Hast du schon das Ende gesehen? Ich häng hier fest! Ich seh gar nichts! Ich glaub das Ende kommt gleich! Ich bin blind! Ich hab Haare! Boah! Ich bin blind, Jungs! Endlich! Hab Haare! Ja, dann hält's wie Birthday! Hey! Eifer Stein! Oder ist das nicht eher Moos oder Schimmel? Ey, Jungs! Was ist das? Ey, Jungs! Was ist das? Ey, Digga! Ich fall die ganze Zeit nur noch runter, man! Ich hab keinen Bock mehr! Ja! One-Hit-Wonder! Wow! Nicht gut! Den möchte ich alle besiegen, Leute! Jungs! Boah, die Äpfel vorne am Anfang! Scheinbogen! Ja! Scheinbogen? Ich hab verloren, Leute! Oh mein Gott! Den werd ich jetzt falten! Ja! 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 Nein! Hahaha! Ich glaub das Spiel ist kaputt, Leute! Bro, ich glaub du bist kaputt! Ich glaub du bist kaputt! Ich glaub du bist kaputt! Guck mal meine Haare an, Russl! Ich bin auch nicht kaputt! Wer zählt! Wer zählt! Wer zählt! Wer zählt! Wer zählt! Oh mein Gott! Schnell! Weg mit mir zählt! Weg damit! Nein! Nein! Er hat uns alle hops genommen jetzt! Puck das weg! Nicht abbauen, Armin! Nicht abbauen! Du lässt es! Unzerstörbare! Du lässt es! Okay Freunde, so langsam machen wir echt geile Sachen! Ja okay, ich geh dran vorbei, ja? Geh dran vorbei! Ich geh dran vorbei, ja ja! Zehntausend Angriffsschaden? Du lässt es! Ich schlafe doch! Ich geh doch nur weg! Ey Jungs! Ich bin am Ende! Ah mir! Geh vorbei! Es ist jetzt vorbei! Ich hab wirklich... Ah mir! Geh dran vorbei! Hä? Hallo? Schnell! Halt ihn auf! Ich hab ja auch schon mal hier! Ich hab genug! Oh oh! Was? Wie? Ich bin auch am Ende! Ich bin auch am Ende! Wie alt am Ende! Stopp! Stopp! Die sind am Ende! Ja ich war doch schon längst am Ende! Geh weg! Ey! Ja! Wir haben Schnell! Schnellboden! Fühl dich nicht! Oh mein Gott! Also darf ich nicht mehr abbauen, ne? Und wir haben das Schnellboden abgebaut! Okay! Bro! Dann hab ich in die Arena! Wir sind jetzt schon am Ziel, ne? Dann hab ich in die Arena! Yeah! Fortnite! Fortnite! Heute ist alle bereit für den Kamm! Ich bin schon vergiftetiger! Ich bin schon vergiftetiger! Hallo! Nicht sofort! Schnellboden! Okay Freunde! Ich hab gar nichts! Okay! Let's go! Hey! Wer hat denn hier angenommen? Nein! Ich seh nichts mehr! Hehehe! Er hat alle Schnellboden! Ich will nichts hören! Okay! Schnellboden! Was passiert hier? Alter! Ich hab Schnellboden! Du kannst gar nichts! Jungs! Ne das hier! Was geht ab, Alter! Oh mein Gott! Jo! Was ist das? Ja! Was passiert hier? Hab ihn! Ja! Ich hab ihn! Nein! Woher haben wir uns? Äh! Ich hab das Schnellboden! Okay! Was bringt das? Hey! Ich will einmal nur Gas zu ziehen! Ich weiß gar nicht! Ich hab gar keine Herzen! Ich hab nur noch Rüstung da! Yaaaaaah! Wie ja! Einmal scheint so schlecht! Jungs! Jungs, Alter! Okay! Ich bin in Godmode! Ja! Ich bin auch in Godmode! Ja! Ich bin auch in Godmode! Bro! Will ich ihn annehmen? Freunde, guck mal ich mach keinen 31er und hol das Shadeschwert nicht haben! Nein! Ich bin in Godmode! Ich bin in Godmode! Ich bin in Godmode! Bei mir vibriert alles nur noch! Und wir auch! Ja, bei mir nicht. Damit hab ich gewonnen, ne? Ja! Ich hab gewonnen! Hey, warum schürfst du nicht an mir, wenn ich das Schwert in die Hand nehme? Ich hab Shade-Rüstung komplett. Digga, GG! Ja, okay, what does der? Wackelt dein Bildschirm an mir? Wackelt dein Bildschirm? Nein, nein, gar nicht. Guck mal, das Ding ist, ich hab damit's nicht mehr wackelt, ich beobachte jetzt einfach an mir. Ich spektate ihn gerade. Okay, du bist One-Shot, du bist One-Shot, Alpharstein, guckst dir an. Redest du jetzt gar nix gegen mich. Guck mal, ich kann nicht auch mit meinem... Ich will den einmal mit meinem Schwert hauen, bitte! Aber jetzt, ey, er hat gewonnen, oder? Ey! Digga, Alpharstein, du bist so schlecht! Ich kann nichts machen! Du, du einmal kuckst. Und... Tschüss, Alpharstein. Warte, Armin, du kannst mich nicht kennen. Mein Schwert ist stark genug! GG geht raus, dein Armin, ihr Freunde. Lasst den Lauf nach oben und den Abo da. Schaut gerne bei allen anderen vorbei. Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao! Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich bau mir schnell ne Bass, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnt nicht verlieren. Mit dem Lütraum...